was geht denn meine damen und herren mein name ist er schon wenn ihr liked fickt eure mütter wenn ihr abonniert fickt eure mütter ihr wisst ihr haltet alle eure fresse aber eins muss ich gestehen das ist jetzt auf nett gemeint wenn ihr das video wirklich liken solltet oder diesen kanal abonnieren solltet dann sind wir euch wirklich eigentlich nicht dankbar dann fickt eure mütter ja und das sucht bitte sucht euch einen psychiater und bevor ihr das video starkt deiner mutter du echt mal wie meint damit einige fingerabdrücke genau weil der geist ist ja ein 31er verfolgt uns ja schließlich aber wir haben den handen wir haben den armen wir haben den verschlägt wie du gesagt dass er es gut ja das immer gut habt ihr den gefunden ein ne ja ja doch hinten recht ich hab den wir haben auch die vier temperatur und fingerabdrücke wir brauchen alles außer dots melissa hast du eigentlich humor hast du humor erfunden ja ja wie sein fängt deine mutter krank also dass du das wirklich wäre das sowieso ein hurensohn also wirklich dann gucken dann gehen maverick gucken oder so du pisser ne echt mal stumm das video hört die flüssig an ach so wie war das mit der xd-re-talk-beats den haben wir vergessen bro fikt deine mutter er schreibt gar nicht mehr haben wir die schwarzen angenommen kleines kind ist der sechs jahre beets hast du schon mit box geredet bro ich habe nichts gehört moment ja ich gehe mal rein und dann reicht die tür zu und dann geht's ab meine damen der hallo nenne dessen wo bist du lang wer bist du gütte nera kohäden hallo nenne dessen hallo wo bist du wer bist du da eine jank fehlt 2 2.0 jank ja mann warte jemand der alle hier ich brauch den man ich brauch den ich hab den piffer schon geschrieben ich mag den weil es süß war das king einfach ins set geschlossen in zwei tagen ja mann aber anfangs hat da ja nicht dich abgefuckt verstehe ich auch ja ich habe den ausgesagt also ort sehe ich keine ok bis jetzt haben wir keine beweise wahrscheinlich doch gewillertemperatur am finger ok hallo oh mein gott mein hals hallo oh ich habe wieder durchfall hallo wo bist du mein eier tun weh hallo hallo ich glaube das wird nichts hallo wo bist du wer bist du land wo bist du wer bist du wer bist du wer bist du wo bist du land wo wer bist du vor allem warte mal es kann es kann auf jeden Fall kein deong sein hallo deong ja gott sei dank holtergeist was wäre noch das dämon aber ja fingerabbrück und gefriertemperatur mimik huntu dämon oder djinn ja ja der roll läuft hier rum der läuft hier rum aber wenn du sagst du hast keine orbs und auch keine box dann kannst du mimik engen streichen guck mal da läuft hier rum ja mach fotos land ich höre den ich hab kein foto da liegen noch zwei am bett wo bist du wo bist du wo bist du EMF wo bist du wo bist du EMF wo bist du wo bist du ich sehe nichts an meiner Köderbach der hand ist bestimmt gleich ja hallo hallo ja man kann auch hinterm Schrank verstecken oh EMF geht ab hallo wo bist du wir haben in der garage das coole versteck hatte ich mir jemand gesagt ja ja ich hab das schon erwähnt ja stimmt aber mir hört niemand zu oh Gott heule nicht rum EMF 5 du Wichse echt jetzt ja was haben wir ein djinn ja ein djinn ja ein djinn ein djinn ein djinn 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 wir haben wir haben fingerabdrücke wir haben gefriertemperatur und wir haben EMF 5 der wird mich gleich so aus dem leben handen aber ist mir scheiß egal wir sind halt äh fassmo team dream äh dream team team dreamer ja team 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 dreamer aldala gesundheit amenä amenä tatsigiii ok jetzt komm ich rein mit meinen Föde aber röd g g g ee 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 ich hab aus g g gemacht ee g ee wir brauchen noch zwei fotos ja und die knochen ich hab alles schon erledigt ja das ding ist du würdest mich doch jammern hören wenn ich den knochen nicht finden würde das stimmt auch wieder g ich sehe we talk please f*** deine Mutter wir brauchen noch ein normales foto und dann geisterfoto dann wären wir durch und geister event und escapen ja geile schinken halte ich hol mir schon mal ein dinges ein rochestäbchen eigentlich müsste man es in der garage machen weil dann könnte man direkt ins versteck ja voll ich glaub ich mach das geister wenn das halt immer so random das ist so nervig das ding ist der djinn ist ohnehin schon geschwächt weil wir ähm keinen stromkasten haben ja er kann seine fähigkeit nicht nutzen ich lese mal ein bisschen über den keine ah mach ruhig brauche kein ding der djinn Melissa wo bist du? Melissa? Melissa? hm? wo bist du? ich bin im versteck schon achso ok ja dann aber ich brauch eigentlich ein bisschen Licht ich seh kaum was wenn der auf mich zukommt mach doch einen schon mal ein heller hab ich schon ich seh alles ich will da ich will da schon vernünftig sein wenn der auf mich zu rennt deswegen hol ich mir jetzt Dots ja wie sollen wir den aber handen jetzt der wird mit dem board bro mit dem board ah ja ich hol mir jetzt kurz mal die Dots damit ich ihn hier sehe wenn er hier rein sprintet er hantet wola wie langsam bin ich kann ich jetzt die Licht an warte 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 hin bitte komm her hallo 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 Wir brauchen noch Dings kurz Geist-Event haben wir halt auch noch nicht Do something, bitch Hey, bitch Where are you? Do something Show yourself You prick You prick You dick Was machen wir jetzt nochmal? Fingerabdrücke Wir brauchen noch ein Foto, ja Und ein Geist-Event wäre ja geil noch Aber er macht irgendwie nichts Willst du gib mal Fotoapparat? Nee Gib doch Lann Danke, küsst dein Herz Nee Doch Mach, das mach ich Mein Herz wird von keinem Mann geknissen Ich denk's auch nur du Stopp Alter Hör auf zu schmeißen, fass irgendwas an! Ja, danke Nee, da hab ich Angst, ich hab das letzte Mal gemacht, da hat das Foto nicht gezählt Do something Do something Er ist hier Seit wo? Hier Wo ist hier? Die Garage klappert die ganze Zeit, was? Na? Nee Das ist Cenk am Dings, am Lichtschalter Ach so Mann, Cenk ey Was ist? Hast mir Angst gemacht Wenig Lichtschalter, oder was? Many for your stuff, stupid girls Stupid girls Ich mach davon jetzt ein Foto, Megalops zählt oder nicht Ja, zwei Sterne, fick deine Mutter Ich hab keinen Bock auf Geist Ich hab keinen Bock auf Geist Ich hab keinen Bock auf Geist Der Event zu warten Dauert immer so lang Geist Pissgeist am Ende Ja Ja Du musst so hart schluck auf, dass sie in die Ecke reinläuft Ja, Mann Ja, Mann Let's go Pada, it's real Pada, it's real, let's go, Mama Das wird nice, ja Also wenn wir die Stufe perfekt können Können wir problemlos hören Dann, ja Schauen wir mal Oh, wir haben 757 Für uns ist doch dein Alptraum mittlerweile schon langweilig Alptraum ist doch langweilig, wenn wir sowas spielen Wie viel gehabt habt ihr denn einfach noch? Also ich hab jetzt nicht mehr so viel, weil ich hab ganz viel gekauft Moment, ich sag dir gleich Ich hab 4,4 Ich kauf halt immer gleich, ne? Oh, 757 bekommen Also ich habe aktuell 938 Habe aber die erste Reihe 10 mal komplett gekauft Die zweite Reihe 10 mal komplett gekauft Und die dritte Reihe bis zu Räucherstäbchen 10 mal Was? Ich hab 18.000 fast Was? Ach, das ist lustig Ja, weil der hat nie gekauft Ja, ja, ja Ach so, der hat nie gekauft, ja Also wenn ihr nicht habt, dann Ja, ja, klar Also wir haben keine Probleme mehr Spar mal du, spar du mal weiter Ja, ja, ja Du kannst, wenn du rechts auf den Krankenkasse Du kannst, wenn du rechts auf den Monitor gehst, ne? Auf Shop Kauf doch mal von jedem 10 Stück Alles? Alles Einmal von jedem 10 Stück Bei Shop Alles einmal drauf kaufen Ah, 10 Stück Es gibt doch alles 10 Es gibt mehr als 10 Ja, ja, klar Mach einfach mal 10, dass du von jedem Also das ist halt jetzt meine Zwangsneurose, ne? Wenn ich von einem 10 habe, dann brauche ich von den anderen auch 10 Ah, das ist eine Scheißkrankheit Das ist behindert, ey Aber nochmal Das ist richtig, das ist schlimm Genauso wie wenn ich Auto fahre, ne? Meine Musik anmache Alter, ich mach immer eine Zahl, die ich durch die andere Zahl Also die sich teilen lässt Interessant Ich kann nicht 23 machen, ich muss 22 machen Abo, genau wie ich, Digga, voll behindert Ja, ja, voll scheiße Was ist das, Lan? Das habe ich nicht angegeben, du Wichser Ich habe jetzt, ich kaufe mehr als 10, einfach, scheiße, ja, 13, 14, so, 17 Oh, das ist ungerade, mach 10 Mach 5 Krass Warte 10 31 Pichu Style Ey, da schüttelst du mich voll richtig, wenn ich weiß, dass du das ungerade eingibst Kein Problem Wir machen die gerade wieder Wie meine Tastatur So Ja, Mann Ausrüstung Ja, ich habe genug auf jeden Fall Und immer noch 6500 Was? Schau mal, was? Weißt du was? Ich habe das immer noch nicht geschafft, da oben rumzulaufen Das ist doch nicht schwer Also hier oben, das schaffe ich Aber wie, wie komme ich dann da drüben? Ja, du musst langsam laufen, nicht wie Kara Ja Wenn du fokusen willst, am besten guck, so Ne, hier komme ich ja rum Aber wie schaffe ich es hier an der Rand? Ist wieder runtergefallen Ähm, mit WS Also, ne WA Du guckst an die Wand Schaust nach rechts ein bisschen Drückst dann WA Bis du auf der Bis du merkst, dass du auf dem Ding stehst Auf dieser kleinen Leiste Und dann kannst du nochmal laufen nochmal Probe das mal aus Am besten noch, wenn du, äh, Bücken gehst am einfachsten Maler Ja Siehst du? Sag ich ja Brrrm Komm, Bruder, komm Ich hab's geschafft Ja Hm Was ist denn der Karl jetzt? Da würde ich mal gerne rein, alter In den Raum Hm Da müsste man sich reinbacken können Da ist so ein Geist drin, oder nicht? Ja, ja, der steht da Wenn du Händigkeit hoch machst, siehst du den Easy Ich hab den, ich hab den schon davor gesehen Das ist der, das ist die Alte im Pyjama Ja Melissas Lieblingsmodel So, können wir Lass mich nochmal wiederholen dann zusammen